Wissen Sie, was laut Studien genauso gut hilft bei Schmerzen wie eine Tablette? Der Kohlwickel. Mehr als zwei Millionen Deutsche leiden täglich unter Gelenkschmerzen. Dabei ist Arthrose nicht mehr nur die Krankheit der alten Leute. Auch viele junge Menschen haben es in Schulter, Hüfte oder Knie. Und ich sage Ihnen, Kohl kann helfen. Er wirkt abschwellend und dämpft Entzündungen und Schmerzen. Und wenn er Ihnen nicht so gut auf dem Teller gefällt, vielleicht lernen Sie ihn aber auf dem Knie lieben. Und mehr dazu gibt es in meinem neuen Buch.